. Norddeutscher Rundfunk . Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Und damit herzlich willkommen zu Korrekt oder Weg. Das Quiz mit Tisch. Heute mit Slavik. Und mit Vitaly von Weiß. Wow! Dennis ist auch dabei. Wow! Freunde, wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier sitzen, schreibt es in die Kommentare. Eine wunderbare Begründung, warum solltet ihr hier einen Platz einnehmen? Und mit etwas Glück sitzt ihr hier mit uns und einem Prominenten. Jungs, habt ihr Bock mitgebracht? Seid ihr schlau? Vitaly, bist du intelligent? Mh, stellenweise ja. Sind Musikproduzenten grundsätzlich intelligent oder ein bisschen döver? Ich könnte nur für mich sprechen, ich würd sagen, ja. Dumm. Stellenweise ja. Heute geht's wieder um die ... ... vollene Tischplatte. Ganz wichtig, liebe Freunde, in diesem Shot ist kein Alkohol drin. Ich hab mir sagen lassen, heute wird hier ein bisschen experimentiert. Kann sein, dass der Dünn gleich ein bisschen heller oder dunkler ist. Wir machen einen kleinen Geschmackstest. Wir werden verschiedene Shorts bekommen, die nicht gleich schmecken. Muss man den weghauen? Den muss man weghauen. Komplett. Dennis und danach den Shot, ja. Perfekt. Also, ich würd sagen ... Ein Sixpack. Ein Sixpack. Fünf. Sechs. September. Mallorca. Äh, Palma. Ey, ey, stark. Also, er muss mitreden, ja. Ach so, noch mal? Gibt's nicht noch mal. Wie? Gib ihm. Ja, hör, warte mal. Nee, nee, du hast nur zwei Sekunden Zeit. Ach so, zwei Sekunden? Natürlich. Ja, Al Pacino. Halt's Maul, ich wusste es doch. Alter, scheiße. Äh, ja, Echse. Das riecht nach Rotkohl, ne? Ja, irgendwie so, ja. Puh, scheiße, ey. Florian Silbereisen. Hätt ich gewusst, ey. Ja? Äh, H.P. Baxter. H.P. W. Ey. Wolf. Gibt es in Deutschland mehr Hunde oder Katzen? Mehr Katzen. Ey. Rapper heißt bürgerlich Wladislaw Balovatsky und wurde 1994 in Sibirien geboren. Capital Bra. Ähm, Schwarze Löcher. Blatt, woher soll ich das? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Rücken wir ein bisschen heran, da können wir mehr von dir sehen. Und dann würd ich sagen, mach's kurz und schmerzlos. Ooooooh! Ooooooh! Ich hab gedacht, dass du das einfach weghaußt. Hör doch mal auf mit den Fragen. Aber ihr seid ja heute gemeinsam hier, das hat ja auch einen Grund. Heute gibt's ja eine Single von euch beiden, oder? Ja. Wie heißt sie, was auf was? Auf was können wir uns musikalisch freuen? Äh, auf alles. Also auf viel von Weiß, viel von Slavic zusammen kombiniert. Besser geht's ja gar nicht. Ja. Freust du dich, den Hit mal ordentlich laut aufzupumpen? Ja. Lass mal gerne einspielen. When the moonlight hits your eyes And you're caught up in your mind Watching stars ... Ooooooooh! Das sieht so schön aus. Der sieht nicht so schön aus. Der sieht nicht so schön aus. Warte, der ist gleich wieder bei dir. Alter, wer mischt das denn? What the fuck? Boah! Weiter geht's. Eins. Minus eins. Minus eins. Oh nein, der ist so krass. Ja, jetzt aber, gib mir ihn mal ordentlich. Der ist irgendwie auch schwerer, irgendwie. Ja. Hau weg! Das ist auch schon krass. Es ist auch echt viel, ne? Was in das vier, zehn, sechs? Ja, das ist richtig viel. Das ist auch schon ein Weihnachtsbad. So ein kleinen Short hat doch gereicht. Ich muss kotzen, weil ich dich sehe, wie du das denkst. Boah! Was? Ich mach das nicht mehr. Ich will jetzt mit Absicht falsch antworten. Ich will auch mal wissen, was da drin ist. Ja, bitte, mach mal. Probiert den, der ist wirklich egal. Ich glaube, dass der ekelhaft ist, weil der so salzig ist. Weiter geht's! Äh, Schwerin. Boah, stark! Ähm ... Großohrküken. Zweiohrküken. Zweiohrküken. Oh Gott sei Dank. Und wer geht in Führung, Alter? Ja. Fuck, okay, ich mach's einfach. Du musst aufmachen, gar nicht erst dran riechen und so. Ja, aber wenn du ... Ah, das ist richtig, Alter. Äh, 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 äh! Boah! Orange. Oh Gott sei Dank. Dunkelgelb, Alter. Wie heißt der aktuelle Papst? Franziskus. Boom! Das hätt ich nicht gewusst, Alter. Er hat einfach irgendwas gesagt. Wie wird die amerikanische Basketball-Liga kurz genannt? Scheiße, keine Ahnung. NBA? Ja, klar. Hals, Nase, Ohren. Welche deutsche Daily Soap versteckt sich hinter dem Kürzel GZSZ? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mein Gott. Welche berühmte Fernsehfamilie hat die folgende Adresse? 742 Evergreen Terrace, Springfield. Die Simpsons. Mit wem ist Michael Wendler verheiratet? Äh, Laura, aber keine Ahnung, wie die heißt. Nasehfamilie mit Nachnamen. Nachnamen muss sein. Ja! Das will ich nicht von Stau gesehen. Weiter geht's, oder? Hör doch auf. Ich find das gar nicht so salzig. Also, ein bisschen schon. Ist das ernst? Stellenweise, ja. Peter Griffin. Na klar, es ist Häuferumlauf. Ah! Terazin. Teledin. Terazin? Was ist Terazin? Keine Ahnung. Falsche Kopfhalsung, das kann ich zum Kompakt gehen. Soll er? Wenn man so trinkt ... Da kann ich ... Jetzt kommen wir nie die hieb, Bruder! Das ist ... Da mal. Eins. Wie heißt der Darsteller, der Marvel-Figur Loki? Trink. Hans Weiser. Tom Hiddleston. Ich hab null gewusst, ich weiß nicht mal die Frage. Du hast mal Interview auf Roten Teppich damals, weißt du's noch? Thor. What's the ... What's the secret of your sex appeal? That's it. I didn't know I had a name. Auf, Hansi Flick. Wer ist das? Der neue Bundeskanzler. Oh mein Gott. Du warst es nicht gewusst, du musst den Nächsten trinken. Oh Gott. Du hast auch dein Leben verloren, du hast auch nur eins. Wann endet das Spiel eigentlich? Das ist ja so unheimlich lustig, nicht wahr? Tennis. Boah. Dicker. Angela Merkel. Stimmt. Äh, Geschenk. David Beckham. Und raus ist er? Thousegate, ne? Gareth Thousegate. Schön. Wusstet ihr das? Ach, du Scheiße. Wahrscheinlich kommt das in dem Video nicht so rüber, aber der ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Du bist raus, ne? Ah! Ja, Freunde, damit bin ich raus. Zwei Mal ein Augenschmaus. Zwei Informationen, das Licht von Drink ist kaputt. Und weiter geht's. In welcher Stadt steht das Empire State Building? New York. Sei ihr Beste, bleib. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Klaus Kinski. Krass hätt ich nicht gewusst, Alter. Ich hätt auch geschätzt gewusst. Keine Ahnung. Ja. Jawohl, der Ball ist. Spock! Ich kenn diese Kacke, Alter. Oh mein Gott. Oh, das schmeckt doch wie weg. Dir schmeckt's, ja? Ja. Ich würd's auch so trinken, ehrlich gesagt. Ich hab ein Leben, Slavik hat ein Leben, Vitali ein Leben. Jetzt wird's hier richtig spannend. Ah! Aber lass doch Vitali, dem gefällt's. Lass du das trinken? Bodensee. So, ihr Biest! Oh, krank! Ich hab das auch gedreht für Kinderkanal. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Keine Ahnung. Die Tochter. Ah, ah, ah! Ach so, ich dachte, ihr wird ein Promi-Zitat, hab ich gedacht. Und raus, Alter, wir sind im Finale, was los? Was war denn jetzt die Antwort? Was war? Die Mutter. Ach so, das war so eine Quizfrage. Ich dachte, das ist von Dings, äh ... Geschwind, Ritter mit seinem Kind. Durch Nacht und Wind, wenn man wandelt. Ah ... Ah, jetzt hast du den Ekelhaften. Und? Der ist so ekelhaft. Tschüss, ciao aus Köln. Freunde, ist, glaub ich, Premiere, ne? Dass kein Twin im Finale ist. Wir spielen Vitali gegen, äh, spielt Vitali gegen Slavik im großen Finale. Entweder oder! Äh, Gangster. Das ist doch ... Elon Musk. Äh, CEO. Keine Ahnung, CEO. Oh! Scheiße! Ja! Wer ist das? Wer ist das, Alter? Ey, ne, ich bin schon, Blattdach. Ja, kenn ich nicht, Alter. Oder die Kippie weg. Yay! Und ... Und damit gewinnt Slavik, korrekt oder weg, das ... Mit dich! Ich hätt's echt nicht gedacht, du hast ja anfangs sehr viel falsch beantwortet, dass du da noch als Sieger auf den Platz gehst. Ist dein Hammer, oder? Das ist Teamwork, nennen wir das. Das ist Teamwork. Ja. Oben gibt's ne tolle Reportage von Reporter. Sex mit fremden Männern. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder Weg, das Quiz mit ... Auf World Wide Wiedersehen und Family. Ciao! Ja! Behalte in unserem Himmel. Behalte in deinem Namen. Komm in den Weg. Schäf dich! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk